Ja, Mensch Gudrun, wenn ich das wusste hätte. Mensch Gudrun. Ja, Mensch Gudrun. Wenn man Mensch sagt, könnte ich so, oh, der hat Mensch zu mir gesagt, ja, sag mal, Mensch Hubert. Da weiß das genau das, wo wir erkannt werden. Spannende Geschichte. Ich habe mich auch mit ganz vielen Dingen beschäftigt. Mit ganz, ganz vielen. Zum Beispiel mit dem richtigen Eingang in die Gitarre da. Und manchmal finde ich einen. Jetzt brauchen wir noch eine Schlagkladel. Haben wir wieder vergessen. Nicht der Hand. Wurscht. Ja, ich habe mich mit vielen Dingen beschäftigt. Und möchte ich dir danken für einen Weg, den du gehst, immer noch gehst. Und es gibt ja den schönen Spruch, der ist, der Weg ist das Ziel. Habe ich auch Zeit gemacht, finde ich auch ganz spannend. Einatmen ist ein Weg, ausatmen ist ein Weg, dazwischen drin grinsen ist ein Weg. Und kam, hast reingeschnauft und wieder raus, ist er wieder weg. Hast du an vorn lassen, zweimal durchgeschnauft, ist er weg. Also der Weg ist ganz lustig, manchmal. Und für mich ist es aber schon immer gewesen, ein Zielzustand. Weil der motiviert mich, das zu tun, was ich tue, auch wenn etwas im Weg steht. Und ein Zielzustand, den ich, selber gesagt, verfolge, den ich weiß, mit herbeiführen zu dürfen, ist der Frieden auf der Welt. Und der Frieden findet immer dort statt, wo man selber ist. Ich mag keinen Frieden in Indien oder in einem Gazastreifen. Das bringen wir dann zusammen, wenn wir mit uns im Frieden sind. Und wichtig ist, dass wir bei der ganzen Schicht frei sind. Das ist für viele Menschen nur ein bisschen ein Angstthema. Und ich habe dazu ein Lied geschrieben und das, vielleicht wird es irgendwann einmal eine Hymne. Und das heißt, frei sei. Überall auf der Welt erzählen das jetzt die Leid, dass bald kommt eine wunderbare, friedensvolle Zeit. Ob Osten, Westen, Süden, Norden oder rundherum, dick und dünn, jung und alt, kann er immer so dumm wie er singen. Frei sei, dies Menschenrecht. Frei sei, eines Herren mehr Knecht. Frei sei, egal welche Formen, geschlecht. Und jeder tut, was er möchte. Egal ob groß oder klein, keiner ist jetzt mehr allein. Alle Menschen sind wieder eins in einem Dorf. Kräftig lachen statt bange machen, lebenslos statt Angst. Egal was ist, egal was kommt, haupt so bist du Angst. Und du wolltest frei sein, und du wolltest frei sein, ist Menschenrecht. Frei sei, keines werden mit Licht. Frei sei, egal welche Formen, welches Geschlecht. Und jeder tut, was er möchte. Weil wir frei sein, ist Menschenrecht. Jo, 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 frei sei, keine Serien mehr Knecht. Frei sei, egal welche Formen, geschlecht. Denn nur so sind wir echt. Und das ist, was ich möchte. das ist, was wir machen, wir machen.